Wir kommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead 2. Wir spielen jetzt Sturmflut, die vorletzte Kampagnen-Mission. Die Hölle kommt direkt vom Himmel. Und wie es aussieht, ist es ziemlich stürmisch. Ganz schön wie ein Nektor. Im Bild sieht das so aus, als ob Coach irgendwie so 2,10 Meter groß ist. Heißt der ja auch. Ich glaube nicht, dass der so groß ist. Ja, in welcher 3 Meter. Alles klar, auf jeden Fall. Ich werfe den Anker aus und warte auf euch. Gebt ein Signal, wenn ihr Benzin habt. Ein Signal, womit? Leuchtkugeln aus dem Waffensack. Waffentasche? Sag mir jetzt bloß, wenn die Waffen vergessen. Und kehren sie zum Boot zurück. Auch ein Gardana. Jetzt geht's aber los, ey. Ich will wieder so ein Knife. Obwohl du nicht wcapell. Geht den Slayer voll. Ich glaube nicht, alle programa durch. Ja, nicht das ist los. Wie geht'saire? Im Eternalten, Koreo. to know the M spreadsheet. Schocki guck mal hier ist ein schöner spielplatz mit ganz vielen tonen zombies oh ja mein lebensspielplatz vor einem russen geht ja gar nicht aber ein kleiner spielplatz das stimmt hier schon im anstag hatte dann war auf mich zu werfen ich würde mal dein ding wieder nehmen wer mal so ein kleiner tipp ich weiß ja nicht wo ist die die einfach nicht an wenn du nicht einfach weiter wenn du dich an guckst du nicht anstrahl mit dem mit dem licht ist alles in ordnung durch den garagen oder donnernds aber ordentlich doch noch richtig doch fängt da bisher oder dringend ist los und hauen direkt Hier zeige ich, was hier los ist, Alter. Oh, hessische Sau. Du bist gleich tot. So, wer hat mein Schwerd geschaut? Ich denk. Wo ist es? Geh keinen Schritt weiter ohne mein Schwerd, dann laufe ich jetzt rösten. Du hast dein Schwerd doch aufm Rücken. Ach, weil ich gerade eine Pistin hatte. Alles klar. Oh, was ist das denn hier? Nichts, einfach nichts. Schade. Ich dachte, wir sind uns zubeschelt eigentlich. Aua. Bin ich auch noch runtergefallen. Da unten ist ein Schutzraum. What's the room? Mix wie rein. Oh, Kawa, ich glaub du wirst das noch verrecken, kann das denn? Ich hab vergessen am Anfang A-Kip mitzunehmen. Hier liegen ja welche. Ja, aber ich war fest. Wtf. Wtf. Musik war das nicht. Du 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 du. Oh, Schelle, die geht aber ordentlich ab. Wtf. Ja, jetzt besser als wir. Oh. So geil mit dem Tank. Mann, hier kommt das an. Mann, hier kommt das an. Weißt, irgend so'n Sound-Effekt, Alter. Und dann fliegt er erstmal 10km nach unten. Geil. Was da? Ja, da. Ich hab' meinen Schreck gegen seine dicke Ubu und ne. Ha, 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 ha. Hat auf jeden Fall gut geklappt, wenn man ihn wie man gesehen hat. Na ja. Andi Sache sagst du? No. Ich nehm' die Tabletten. Ich will auch ein paar Tabletten haben, ne? Ah, ja. Sind leider keine mehr. Egal. Da unten geht's weiter. Oh ja. Oh, die Hexen. Da. Na. Wie sind die irgendwo? Da draußen ist einer. Ist das einzigste Level, den den hier rumrennen, ne? Das wird ein echter Scheißsturm. Oh. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ha, ha, ha. Einfach dran vorbeilaufen. Einfach nicht angucken. Okay, hier sind auch wieder ein paar. Hier die Leiter hoch. Da ist wieder ne Echse. Ja komm mir die Leiter hoch. Du hast jetzt fast einen in die Rübe gehauen, Alter. Hier rüber, geht's hier weiter. Okay, anscheinend nicht. Alles klar. Oh, Shell springt erstmal runter. Hier geht's noch nicht weiter. Oh, ich bin runter geschwungen. Wir müssen unten lang, hier geht's nicht weiter. Vielleicht hier die Tür? Hilfe! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wie bist du denn eingekommen? Ja, andersrum. Wo ist der? Da kannst du. Oh, ich glaub ich hab mich hier eingesperrt. Wo bist du denn? Wie bist du denn eingekommen? Hey, ich glaub wir müssen durch die. Ich glaub wir müssen durch die bisschen. Aua! Ja, müssen wir auch. Ha, wie dir's alle ankommen. Überall. Warte, machen wir mal so. Wir müssen einfach an die vorbeigehen. Ja, einfach nicht angucken. Ohne willst du eigentlich jetzt die Witcher, die netze. Oder, ja, der netze wird es schon mit dir das gibt, oder? Weil du die, wenn du die ja nicht anguckst, macht dir auch nichts. Na komm, hier nicht hier links lang, hier links lang. Ja komm. Komm. Da müssen wir noch vorbei kommen können. Äh. Kommt das nicht. Äh. Kommt das nicht. Kommt doch nur durch, ey. Wollt man einmal raffiniert sein und dann... Ah! Ich kann nicht schießen. Kommt einfach so. Verpiss dich jetzt eh. Vielleicht muss man jetzt einfach... Hier. Rechtsrum. Los. Pass auf, sag. Ja. Funktioniert das? Oh, sehr gut. Guck mal wie raffiniert ich bin, alter. Ja, für der raffinierte, äh, raffinierte Nick. Ja. Wie, wie weinen, ne. Das klingt immer super. Wie, wie weinen, ne. Und, Zombie der Heul, der einzigste Zombie der Heul. Alka, Nick hat gesagt, auf die Rampe. hier ist noch eine witch, hier sind zwei oder was ich würde mal sagen, dass wir jetzt die ganze Zeit mal Licht auslassen rechts hier, guck einfach nach unten, der Boden ist schön kommt hier durch, kommen wir nicht durch, so wie sieht mich hier an wir müssen gar nicht Steuerung bedruckt halten da unten aber wer ist jetzt, lief hier alles glatt, da ist noch eine, rechts am Auto die kommt, die guckt uns sogar an ich bin durchgegangen, Adrenalin, da ist noch eine, vorne Alter, wie die hier alle schimmeln echt das zuhause, der witch ist, ne ja bang alter, ich habe ein kleines Problem ich bin sowas von festbrot, ich bin in der Ecke ich habe ein kleines Problem hier drüben ich guck dich nicht Nimm doch eine Waffe ich müsste auch down aber könnt ihr schießen ja rausschießen, rausschießen lass mich doch nahe laden du fette gang und auch den ganzen Mann der muss tot sein alter, nein der kickt mich zu den shit down der bitch ich habe zwei ja super jetzt erwachte ja ich habe jetzt die pillen reingehauen die hätte ich nicht geben können aber der halb ich jetzt gerade nicht nach ich habe noch ein defry aber dann bleiben wir hier stehen dann ja ne bleiben wir stehen wie lang betätigt ja hast du mal gut wo ich bin und das war gesehen wie langsam ich bin jetzt erwartet ist einfach mal so eine scheiße ich stelle mich hier ganz in die ecke und hoffen dass ich überlebe da hat super geklappt er hat mich gegen sich gerammt ich habe schon so eine frage hast du eigentlich hier eine waffe wo du schießen kannst ja aber das werde schöner rein schnell gesagt du lässt mich los ich würde mal sagen gibst du mir mal dein defry bevor du verreckst wie kann ich ihn droppen geht das nicht weil dann nämlich würde das problem ist ich würde die ganze zeit leben ja deswegen es ist der schnellen geht hier den geht die dinger entlang was entlang wo ich bin einfach das röhrchen jetzt aufpassen die sind überall hexen da ist auch einer pass auf oh mein gott er warte bis ich weiß sowas von tot kann ich hier rüber springen nicht angucken ich brauche unbedingt tabletten oder medikettner ja hier ist ein schutzraum ich werde es nicht schaffen dankeschön ich hab gesehen du bist richtig offen dann renne ich einfach mal kurz raus halt ich bin schön er legt sie rein hier genug von den hexen meine güle einfach die hexenarmee des todes wo der tank da ankam da dachte ich wir müssen das level neu machen ohne witz habe ich auch gedacht er hat mich aber so in die ecke geschlagen dass ich nicht mehr raus konnte ich konnte mich zwar warum habt ihr alle erziehen kann er ist da hinten drauf von mir ja wir brauchen noch für das boot ach ja mal schon sagen auf einmal habt ihr da so ein ding anstatt medikett komplett brand soll ich den defry mitnehmen ich halb mich dann nehme ich immer den defry mit das ist ja nicht mehr als ob wir jetzt den weg wieder zurückgehen müssen jetzt mal naja oder also müssen wir wirklich wieder zurück dann sind doch die ganzen wittschies da alter vielleicht haben die angst vor den regen und verstecken sich ich komm nicht weiter tank erst das rohr gehen wir hier auf dem rohr tank oder das ist der sturm du hörst du hier nicht ich glaube das ist der sturm aber lass mal hier auf die anderen warten aber die hexen waren hier weg ja sag ich ja die haben angst rochelle hallo du wir haben alle richtig schiss von dem regen hat schien ist auch ziemlich dunkel ja guck dir mal die wolken an komplett grau und die tiefe am arsch es wäre es voll geil wenn wir in den nado kommen würde ich würde nicht sehen vor diesen jetzt hier alle im raum weil es hier nicht regnet wäre doch geil oder ist ja irgendwo eine witch aber wo ja da vorne alles unter wasser ist ja und da ist eine witch ich werf die witch mal mit kotze ab ah die kommt hier hoch das war so knapp ne und jetzt würde ich sagen gehen wir erst mal jan helfen ah dann würde ich den golfe so geil wenn es kein medikit mehr hat ne hätte das wäre so geil achten hey wartet mal muss heilen oh jens hast du auch keins mehr was ja ich hab ja den defry wieder ja aber du verlierst doch wieder lehm oder entweder boah ne solange du durchquinkt da kriegt man ja krass oder naja fand ich ja halt mal an halt mal an halt mal so lange scheiße ich dachte wir müssten an der witch vorbei aber ich bin schon getäuscht naja 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 ich dachte dass wir da drauf kommen aber naja egal schaffen wir schon das schaffen wir schon easy die kamen angeflogen hat er hoch richtig nice aufpassen aber ich renne mich so 10 km weiter nach vorne warte auf uns ich nehme jetzt hier einfach die shotgun die sniper würde ich glaube ich nicht mehr so weit bringen die wird zunächst mehr nutzen im moment wir müssen da lang oder ja 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 du bist einfach so langsam in dem wasser kann das sein dass es nicht mehr so windig ist naja eben war das doch richtig heftig da ist ja nichts mehr gesehen Moment ich hab mal kurz ne Rohrbombe weil hier liegen nämlich noch welche ich hab gar nicht mehr vorhelflich ihn geworfen das ist wie mein Bruder und hier drauf ist dann da kann die hochrettern wo ist denn er der kann die hochrettern wo ist denn er der kann die hochrettern aua kill in mit Maggi oh nein Ah, gut, der ist so fliegt. Ich bin wieder unten. Der ist doch eh noch unten. Oder? Boah, komm was ich für geile Tricks hab. Wir müssen doch nach unten, oder? Ja. Na okay, das hat mir jetzt echt Schaden gemacht, obwohl da so viel Wasser war. Jetzt muss ich mir echt die Pillen reinhauen. Hunter! No, no, no. Ah, jetzt geht's ja wieder richtig los. Ach du Scheiße. Wenn ihr jetzt irgendjemand einen Medikit findet, würde ich das gerne nutzen, weil ich kommt wieder mal schon, gleich. Wohin müssen wir? Weiß ich nicht. Oh. Ich lau hier rein. Kann das Sinn. Oh, die Scheiße. Ach ne, Sharky. Lass mich einfach irgendwo in der Ecke. Hat irgendjemand noch Tabletten oder irgendwas für mich? Nee. Karo, Schlusswort. Kannst mir das geben. Gleich Shot. Hier. Ja. Hast du mir gegeben? Charger. Achter. Na ja, jetzt brauchen wir uns da damals gehen. Ja. Wenn du dir gehen kannst. Ja. Wenn du dir gehen kannst. Ja. 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 Ich bin völlig ausgebucht! Ich bin sowas von Tod! Das ist echt... Hier ist ein Saferaum. Oh, ein Saferaum... Gott sei Dank. Ich würde sonst... Hallo! Hahaha. Oh mein Gott. Ah, hier liegt aber kein... Doch, ich habe eins. Boah, schein, Alter. Du killst ja echt voll wenig zu mir, aber dafür sind das jetzt hier die Todesmaps, eh? ja ich würde sagen jetzt voll schlimmste oder die schwerigste eigentlich war es mal richtig obwohl ich die missione ziemlich kalt finden muss schon sagen die eine wo wir fast verreckt sind da hier mit dem flughafen das fand ich die schwerste von neuen weil wir da echt fast alles immer neu machen mussten guckt ja das mal hier an wie es ja aussieht die zwei genauso aus wie in den letzten level ganz hier haben meine güte müssen wir hier rein Runter hier Boomer Wir müssen doch jetzt eigentlich nicht da sein Nein Gleich müssen wir da ran Nein, wir müssen natürlich wieder Ein Charger Wir müssen natürlich wieder ein bisschen weiter Aua, der macht einfach Weißt du, der Crusher durch die Tür Es hilft ihm komplett nicht Ja, jetzt geht es hier wieder richtig hart los Ist natürlich klar Man sieht einfach nichts, wenn das so ist Er müsste doch jetzt hier runter Und dann, ja doch, oder? Irgendwo war das hier Wird mal hier aufs Sachbuch gehen Boah, jetzt schon ein Tornado, das wäre richtig sexuell Ja, wir fliegen einfach alle da weg Ja, das würde ich echt feiern, muss ich ehrlich sagen Ähm, falsch, glaube ich Oder? Ja Ja Okay, ich... Der... Gehen wir hier ab und zu Hause Ja Aua Aua Ha Er ist komplett voll gechiss, ne Ja, vorne ist ein Charger Hier ist auf jeden Fall der Spielplatz Das heißt... Ich weiß wieder... Das heißt... Weiter geradeaus, oder nicht? Ja Ja Vielleicht keine Schockdämonie mehr Ja, und ich bin gleich so Ey, ist eigentlich... Jetzt war das doch der... Da ist ein Schutz dran Ey, ich weiß auch, dass das noch ein Schutz dran ist Wo wir... Ist das jetzt echt so... Na, geil Alles klar Da rein Los, rein mit euch! So läuft die Sache So... Au... Erstmal schön... Wir müssen so ne Spritze... So... Am besten... Eigentlich wollte ich den Toast jetzt nicht mehr verlassen, ne Womit? Schön Ha Ja, regnet es nämlich nicht rein Gibt genug Gibt hier einen, zwei Gibt sogar ne Toilette, zwei Betten Passt doch, oder? Sogar drei Betten Und ne Küche, ja Das wäre schon nicht schlecht Das wäre schlimm, ne Kann ich einladen das Bett mit Rochelle teilen, ein bisschen Coach Dann ist auch alles in Ordnung Seit dessen fahren wir einfach weiter mit so ne Scheiß... Ähm... Scheiß... Das Ding im Ziehen haben wir so ne Boot Der haben wir eh wieder... Auf dem Boot zum Weg ist keine Zombies Das stimmt, aber... Wir fahren ja auch so lange mit dem Boot, ja... Bis das irgendwo wieder eh wieder rauszuletzt Dann müssen wir weiter ran Dann wieder lieber hier, wo ne Stadt ist Dann hier bleiben Boah... Das war ein nicer Shot, ne Oh, ich bin runtergefallen Müssen wir das eigentlich hier machen Verteidigen Also... Also... Du hast doch eine Rolle hier, ne Ja Ah... Ha... 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 Wie... Die... Die fliehen... Weil die rennen immer so weit Die Chargers, ne Weil die einfach... Oh... jetzt geht es hier nicht schon wieder los. Die fällt mir gar nicht. Das fühlt sich immer so... Scheiße, ne? Das ist auch echt so ein Tomato. Ist ja safe. Versteck mich einfach. Ja. Bei uns nicht irgendwo was zu verleben. Geht es vielleicht weiter? Nein. Aber egal, hier sieht es so aus, als würde ich den Weg zu vergehen. Tank. Aber du wirst wahrscheinlich da vorne warten auf uns. Na stand doch eben, Hilfe nach. Freil ich euch. Ah, easy. Wollt schnell hier runter. Wollt zum Money gerabben. Wie langsam du einfach wirst, weil der einfach ein bisschen was der liebt, ja. Kotzerisch. Rot. Noch im Tank. Oder? Scheinlich kurz. Operationen sind übrigens noch drei Verbandskästen. Ja, ne. Boomer. Boomer und Jucky. Hab ich auch noch irgendwo gesehen, ja. Hier unten. Da ihr... LOL! Wer ist da? Der ist da einfach zwei Meter gesprungen, der Junge. Tank ist uns. Er geht nach vorne. Er kommt durch die Tür. Lauf. Ja, lass auf Sack gehen. Aaaaah. Komm her. Ting. Ting ting. Ting ting. Da ist hier niemanden mehr, ja. Jetzt bist du wieder fast tot. Weil... Nur mit einem Unterschied, dass er Medik... 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 Am... Na gut. Der ist ja mittlerweile auch hier sein, oder? Oder der Leertipp. Oder wer auch immer das Boot da fährt. Ich glaub da komm schon wieder ein Tank. Ah, ich werd nur kurz ne... Rohriger Bombe. Ich hör das Boot. Das Boot kommt da. Schnell. Bin nochmal weg. Au. Geht den Tank. Aaaaah. Kann ich in den... ins Boot runnen. Doch. Doch. Ja, ich bin... Ey, die ganze Zeit abgepfeilt. Die ist mir sogar alle überlebt. Ey, das ist krasse Scheiße. Ja, keiner fährt das Boot auch nur. Die Überlebenden konnten fliehen. Ja, das war schon ne harte Mission. Fand die aber auch geil. Auch nur 28 Minuten. Mir kam die viel länger vor. Aber ich fand die war... Viel länger. Bis jetzt fand ich die aber irgendwie am geilsten. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht... Ja, das war schon ein bisschen so... Vor allem wegen dem Tonal oder wegen dem Sturm halt. Das war richtig geil. Hast du einfach nichts mehr gesehen. Äh, und dann... Ja, war schon... Die haben die gut gemacht. Aber die... Fand ich schon ordentlich. Ja, kam mir aber grad wirklich gefühlt vor wie ne Stunde. Ja, ich dachte das wären bestimmt... So 35, 50 Minuten. Aber anscheinend war... Wohl nicht. Ja. 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 Ja.